Jetzt hier. Der ist broken. Okay, warum ist der broken? Was kann er? Ist das denn deine Mike? Bro, warum haben die Mega-Ritter und Brawl Stars gemacht? Was ist das? Hallo? Hey! Warum haben die das gemacht? Was ist das? Auf einmal Mega-Ritter und Brawl Stars? Hilfe! Digga, was ist denn das? Hallo? Hey, er auch? Warum ist er auch ein Mega-Ritter? Hallo? Hey! Der dodscht mich, der dodscht mich, der dodscht mich. Der hat mich hops genommen fast. Was ist das denn? Ich spiele Mega-Ritter in Brawl Stars. Ich glaube, so könnte der Videotitel sein. Was ist das denn? Digga, er springt einfach den Gegnern in die Fresse. Skrupellos, ohne Erbarmen. Können wir das einmal abchecken, ob das legal ist? Hey! 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 Was ist das? Hey! Mach ich das? Ich mach's mal. Ja, zack. Hey! Ist es jetzt der XXL-Mega-Ritter? Der Evolutions-Mega-Ritter? Hey, was passiert? Digga, wer hat Supercell veräppelt, dass das im Game ist? Wer hat Supercell veräppelt, dass das im Spiel ist? Ich spiele einfach den Meganischen Ritter mit einer Evo-Mega-Ritter-Ult. Jetzt bin ich aber gegen Dobby am Start mit zwölf Medaillen. Mit zwölf Dingern. Kann ich gegen Dobby was machen? Chad, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich gegen Dobby irgendwie überleben kann? Ist ja auch jemand drin? Nein. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit? Kann ich was machen? Hallo, ich bin der Mega-Ritter. Hallo, ich bin der Mega-Ritter! Mega-Ritter, los! Jump in die Fresse! Warum macht Dobby nichts? Warum macht Dobby nichts? Hat Dobby das Gännis schon? Heile ich auch in der Zeit? Nee, oder? Doch, müsste ich eigentlich, oder? Hey, hey. Mach Schaden! Mach Schaden, du Schwein! Nein! Und das ist es. Und das ist der Sieg. Ich werde es.